Herzlich Willkommen Gruselfreunde, ich bin der Jay und wir werden heute Resident Evil HD Remastered zocken. Ein Remake des Playstation 1 Klassikers Resident Evil Teil 1, den ich damals als kleiner Steppke nicht selber gespielt habe, sondern auch immer nur Zuschauer war. Und ich habe mich damals schon sehr gefürchtet davor und ich denke, es wird heute nicht anders sein. Und ja, wir werden mal durchs Spiel wandern, würde ich sagen, der mittlere Schwierigkeitsgrad. Und wir entscheiden uns für die gute alte Jill Valentine. Und ich denke mal, jetzt geht das Intro los. Viel Spaß. Und ich denke mal, jetzt geht es weiter. Sie haben es noch nie gefunden? Nein, nicht hier. Bezüge Verletzungen sind in Racken. Es gibt ein Verbrechen von Familien zu einem Gruppen von ca. 10 Menschen. Die Verletzungen wurden, in Wahrheit, verletzten. Die Bravo-Team wurde in den Investitionen gelegt. Aber wir haben keine Kontakt. Was, Chris? Der Helikopter der Bravo-Team war ein Derelict. Außer für den geringen Körper von Kevin. Wir haben unsere Suche für die anderen Mitglied. Und es wurde so... ... ein Nachtmärm. ... Achtung, von rechts. ... 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 Ja, wir gucken, wie er rausfinden will, dass es nicht Chris-Blut ist. Vielleicht erkennt er seinen Geschmack. Können wir hier nochmal untersuchen. Symbol stecken wir ein, natürlich. So, dann gucken wir mal, was sich hinter Tür 1 verbirgt. Leichte Erinnerungen kommen mir in den Kopf. Gucken vorsichtig um die Ecke. Und ach du Scheiße. Oh mein Gott. Und er hat uns gepackt, das sollte ich so... Ach du Scheiße, komm lass mich los. So, der wird schön, das geht doch. Oh mein Gott, einer unserer Kollegen. Das ist Kenneth. Und was hat er in der Hand? Einen Film. Für den wir aber einen Videorekorder brauchen. So, sonst ist hier nix. Außer ein toter Infizierter. Wir gehen zurück. Und berichten. Was wir gesehen haben. So eine Pistole brauche ich. Verdammt. Drei Schüsse. So, ab zu Wesker. Den suchen wir. Er sollte ja noch in der großen Halle sein. Na nun. Was war das? Was war das? Wo ist Wesker? So, dann suchen wir ihn mal. Ah, hat sich der Lump hier unten versteckt? Nein. Hier ist er nicht. Guck nochmal hier oben. Ja, ich durchsuche die Halle weiter. Sorry. Bury. Was haben wir, Jill? Nein, nichts. Was passiert hier? Ich kann es nicht herausfinden. Gleiche hier. Chris, und jetzt Wesker. Es gibt nichts, was wir tun können. Wir können ihn suchen. Wir suchen ihn separatlich. Ich werde hier die Dining. Okay, dann. Ich versuche die Tür auf der anderen Seite. Das Haus ist gigantisch. Wir können es schnell werden. Wir beginnen mit dem ersten Fluss. Okay. Oh, nie Tietrich, nice. Den nehmen wir doch gerne an. Alles klar verstanden, Barry. Treffen uns wieder im Saal, wenn was ist. Dann gehen wir mal hier lang. Schauen wir mal, was hier sich hinter dieser Tür befindet. Na, mit vorsichtigen Schritten gehen wir weiter. Könnte hinter jeder Ecke was lauern hier. Was haben wir hier? Den Dolch, den nehmen wir mit. Natürlich. Verteidigungsobjekt. Das passt doch, das finden wir gut. Okay, dann können wir über das Menü ausrüsten. Menü rufen wir mit der Dreieckstaste auf. Er ist schon ausgerüstet, alles klar, wir können uns verteidigen. Diese Tür ist verschlossen. Diese auch. Ein Schwertsymbol ist eingraviert. Okay. Was das wohl zu bedeuten hat? Da sind wir hier am rechten Rand. Einen schönen Edelstein in der Hand dieser Statue. Den wollen wir doch haben, ne? Nein, nicht da. Dann mal verschieben wir ihn. Genau. Dann lassen wir ihn fallen da ins Esszimmer. Weil ich Barry stehen sollte. Ach du Heiliger, sollen wir da hinten? Neun Spielkameraden. Okay, fünf Schüsse, die wir noch hatten. Ah, einen Schuss haben wir noch. Das waren nur vier Schüsse, okay. Zählen kann ich auch schon nicht mehr. Aber er will nicht umkippen, der gute. Dann haben wir noch das gute Messer. Mit dem wir zu Tode pieksen können. Das ist eine Timingfrage. Und das habe ich gerade nicht, verdammt. Verteidigen wir uns mit dem Dolch? Können wir ihn nicht mehr pieksen? Was ist denn da? Ist er jetzt schon tot? Ja, das sieht so aus. Okay, Gott sei Dank. Wir haben keine Piste, wir haben keine Munition mehr. Das ist nicht so erfreulich. So, hier geht nichts mehr. Hier gehen wir wieder raus. Holen wir uns mal den Edelstein, den wir da jetzt hoffentlich erhalten können. Gehen wir runter wieder ins Essenssaal, Speisesaal. Wo eigentlich Barry noch warten müsste. Erstmal heben wir den Edelstein auf. Natürlich nehmen wir den mit. Aber wo ist Barry? Verdammt. Okay, wir haben keine Munition mehr. Wir haben kein Verteidigungsdolch mehr. Nur noch unser kleines Messer. Und weiter geht's. Ich finde schon, es ist schon ein bisschen gruselig. Draußen ist schon dunkel. Was jetzt im Winter keine Überraschung ist. So. Und sogar der Schatten. Treibt mir Angst, das haben wir hier. Magazin. Ja, cool. 15 Schuss. Das kombinieren wir doch gleich mal. Das kennen wir doch noch. Sauber. Da hinten sind das Pflanzen zum zum Heilen. Genau, grünes Kraut nehmen wir mit. Noch ein zweites dabei. Schadet nicht. Und der Gute schläft. Sieht so aus, genau. Ah, hier sogar mit. Wir können sogar spiegeln hier. Coole Sache. Wunderbar gemacht. Weiter geht's. Ich denke mal, wir rüsten die Pistole wieder aus. Finde ich sicher, wa? So, und jetzt schauen wir mal, was ich schauen, was sich hinter dieser Tür befindet. Oh, dieser Gruselfaktor ist immer noch da bei mir. Jetzt haben wir hier einen Spiegel. Oh, da spiegelt sich doch was. Erstmal zurückgehen. Mal die Pflanzen aufheben hier. Können wir nie genug von dem Heilkraut kriegen. Oh, hier so ein zweites, cool. So, wird's denn hier gespiegelt? Guten Tag, der Herr. So, niedergeschossen. Dann nehmen wir schnell mal das Messer in die Hand. Und piekst nie tot. Will er nicht. Alles andere wäre ja alles Munitionsverschwendung. Wir haben ihn jetzt hier unten am Boden nochmal anschießen. Okay, jetzt ist er. Pfui. Können wir jetzt noch Flecken hier. So, die Pistole wieder ausrüsten. Wir können ein paar Kräuter kombinieren. Das kenne ich doch auch noch. So, und das Ganze können wir später rauchen nennen. Ein bisschen zusammenrollen. Weiter geht's. Verschlossen. Gefällt mir. Okay, was haben wir hier für eine Tür? Die geht auf. Okay, was haben wir hier? Eine Inschrift. Der Tod ist erst der Anfang. Hu, 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 hu. Oh, das sieht ja sehr vertrauenserweckend aus hier oben. Hier will ich eigentlich gar nicht hin. Hier will ich eigentlich gar nicht hin. Okay, hier sind Schienen. Hier ist ein Schlüssel. Möge wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Nein, den nehme ich jetzt nicht mit. Ich habe das Gefühl, das könnte doof enden. Verschlossen. Ein Helm-Symbol ist da eingegraffiert. Symbole über Symbole? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Den Schlüssel nehme ich nicht. Nicht mit mir. Nicht mit der guten Jill Valentine. Der bleibt liegen, der schläft. Der hier auch. Perfekt. Was haben wir hier? Na, einen goldenen Pfeil oder was ist das? Ja, Mensch. Bin ich ein Fuchs. Was haben wir hier? Okay. Den können wir untersuchen. Dann machen wir doch mal. Man könnte die Pfeilspitze abnehmen. Ja, okay, haben wir. Die Pfeilspitze besteht aus Peridot. Das, wie Smaragd aussieht. Ja, cool. Schicke Pfeilspitze. Das hatten wir schon. Gehen wir zurück. Genau. Was ist das hier am Boden? Zerbrochen. Irgendwas ist zerbrochen hier. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Mit was? Mit dem Dietrich? Luft anhalten. Was kommt jetzt? Okay, hier sind wir. Alles klar, das kennen wir schon. Aber ich will wissen, was sich hinter der anderen Türbe verbirgt. Also gehen wir nochmal zurück. Natürlich ist hier von der anderen Seite verschlossen. Was auch sonst. So, dann ab zurück. In den großen Saal. Vielleicht ist Barry auch mal wieder da. Nein, warum auch. Er sagte, wenn was ist, kommen wir in den Saal und wir treffen uns in den Saal. Jetzt ist was. Jetzt will ich ihm was erzählen. Und er ist nicht da. Na toll. So, ich würde sagen, wir speichern hier nochmal ein zweites Mal. Ja, wir wollen überschreiben. Nein, wir machen die Playstation nicht aus. Wer ist jemals so doof gewesen und macht die Playstation aus, während das Ding speichert? Dieser verdammte Hinweis. Halten wir uns für doof? Ähm, wahrscheinlich. So, Jill, sag nochmal schön Tschüss. Das tue ich nämlich auch jetzt. Ich bin der Jay. Ähm, ich würde mich über ein paar, oder für ein, zwei Kommentare würde ich mich mal freuen. Einen Daumen hoch. Wie ist euch, wie hat es euch gefallen, das Ganze? Ähm, wollt ihr mehr davon sehen? Ich will auf jeden Fall mehr davon sehen von Resident Evil. Mit dieser schönen aufpolierten Grafik. Und, ich verabschiede mich. Ich bin der Jay. Das ist Resident Evil HD Remastered Teil 1. Bis zum nächsten Mal.